jetzt bin ich wieder da unten ja das weiss ich mal zugeben dieses kampfsystem da kommt man mit die mit den tierischen gegnern kommt man da nicht wirklich klar gegen andere schwertkämpfer gibt es noch das habe ich übersehen nehm ich gleich mit snapper achtung mal dieser hier runter du blöde sie macht er jetzt hängig fest drüber jetzt hätte ich keine schüte den treffer außer zu sehen wie schiss Nektar-Treffer, zähle ich nicht. Hätte ich betrogen. Schießt, zähle ich nicht. Herr Kruz, ich fix. Ich bleibe langsam zu dämlich da, geh weg. Diesen Snipper, geh, hab ich öfters getroffen mit dem Pfeil. War allerdings nicht bewertet worden. Jetzt muss ich allerdings mal zwischenspeichern, geh. Vergiss ich immer. Das geht in die Wüste, wie es ausschaut. Geil. Da sind ja irgendwo die Assassinen rumtreiben, in der Wüste. Das sind allerdings die Snapper. Drei Stück auch. Hier hab ich noch. Irgendwas mit Sämen. Scheiße, hab ich nicht mehr. Das heißt, Handarbeiter. Oder, ich mach mal Magie. Vielleicht mach ich ein bisschen Magie. Ich hab hier einiges. Die Tiere in der Umgebung. Wie wär's denn mit Schrecken? Oh. Eine Fledermaus. Ja, muss ich dafür einen anvisieren, oder? Ich sehe das. Oh mein. Tau da ab. Ja, und ihr ab. Ja, und ich ab. Ich fürchte, das war eine dumme Idee, mit dem Kopf durch die Wand. Allerdings hab ich auch nühe gestrickt. Aber wir sind ja auch nühe auf die Fersen. Boah, eine schlechte Taktik. Mal zugeben. Ja, warte mal. Wie wär's denn? Wenn ich meine Pfeile wechsle. Ich hätte wieder eine Feuerpfeile. Das setze ich mal auf die Sieben. Machen auf jeden Fall mehr Schaden. Mal speichern. Hast du gesessen, gell? Weg, du brennst. Frischer Fleisch. Leicht angebraten. Da gesessen. Er da. Sehr gut. War ne Söse. Wann die Söse. Glaub nicht, oder? Meine Pflanze. Eisenhalm, gell? Langsam kenn ich's. Bin mal gespannt, was da drin ist. Waren aus der Wüste. War das alles? Scheiße. Scheiße. Für mich gibt's eine Kiste. Zwar sogar. Feuerpfeile. Bleib mal hin. Jetzt weiß ich mir, wie schaut's denn da Oma aus? Ich schau mal ein Stückchen weiter. Da hab ich allerdings keine Rune, gell? Nach Nimmera. Gott, wo geht denn da Oma? Da ist dann das Nächste, ist... Wo ist denn das? Praga. Eine Wüstenstadt. Allerdings, geht da Oma hin. Geht's noch nicht. Ich muss jetzt mal nach der Rallye gehen. Und nach Geldern, wo die auch noch. Und dann gibt's ja noch eine Dritte. Nach Gilden. Wo ja noch nicht. Oh Gott, noch Nimmera. Das dauert so lang. Hab ich denn keinen Tranker zum Sprinten? Bei Gott, ich zwei hat's ja nicht mehr gegeben. Ich brauch mehr Ausdauer, aber darf. Ich knall mir mal schnell. Schnapp's rein. Also wenn jemand kein Ausdauer mehr hat, schnapp's dringer. Hilft. Zumindest virtuell, da hilft es. Jetzt ist die Frage, von wo bin ich gekommen? Ich glaub, da bin ich von Oma gekommen. Ich bin doch da querfeldeig gerannt, gell? Feuernessel. Hat sich da versteckt. Eine Schlange. Tut mir leid. Feuernessel. Jetzt ist die Frage, wo waren die Mora? Die waren doch da in der Nähe, oder? Ach, da haben wir's doch schon. Man, ist so dreckig. Scheiße. Ich bin da oben. Vorsicht da unten, ich komme. Vorsicht da unten, ich komme. Ist weiter. Schauen wir mal. Ob's überlebt. Jetzt muss ich zu den einen Typen. Würden wir kosten. Russell, das war er. Geh mal her, doch. Hier sind die Waren aus der Wüste. Ich wusste, sie sind noch da. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold. Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Wir fehlen nur 55 Punkte. Da spinnt der, ha? Komm, ich bin da oben. Komm, ich bin da oben. Au. Leichte Verstauchung. Ja, Gott, das bedeutet, ich muss noch ein bisschen. Wir freuen die Mora. Hi, ich bin Dudley. Ich kümmere mich um die Versorgung. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Bist du hier der Anführer? Das würdest du gerne wissen, was? Das kann ich dir aber leider nicht verraten. Wie läuft die Versorgung? Wir brauchen Wertsachen. Pokale, Täler, völlig egal. Verstehe, du handelst mit Heelerware. Nun, so könnte man es auch nennen. Ich habe Abnehmer in der Wüste. Ein paar von den reichen Säcken stehen auf glänzendes Geschirr. Glänzendes Geschirr? Brauchst du noch was Spezielles? Wir Rebellen brauchen immer irgendwas. Beim letzten Kampf mit den Orks ist einiges zu Bruch gegangen. Allerdings gibt es etwas, von dem wir nie genug haben können. Waffen. Waffen. Waffenbündel würden uns recht gut tun. Das hätte er doch besser wissen müssen. Waffenbündel. Da bin ich einige dabei, geh. Erzähl mir was über die Gegend. Früher war das hier die Kornkammer des Landes. Und die Bauern haben es verstanden, ihre Reichtümer zu behalten. Ich habe von einem Bauern namens Phamon gehört, der noch eine ganze Menge Gold bunkern soll. Weißt du, wo ich Artefakte finden kann? Sieh dich mal beim Tempel von Trelis um. Der Schamane Kamak soll irgendein Amulett bei sich tragen, das seine Zauberkraft erhöht. Das ist sicher einiges wert. Kamaks Artefakt. Das heißt, ich muss den Umbringer, ha? Ich besorge euch Waffen. Okay. Am besten du gehst nach Trelis. Wir Orks haben da eine ganze Menge in ihrer Burg. Wir brauchen zehn Waffenbündel. Zehn Waffenbündel. Jobbischo. Hier hast du deine zehn Waffenbündel. Das ist riesig. Hier, ich gebe dir einen Teil unseres Goldes. Verrate mir, wer der Anführer von Nemora ist. Ich bin es nicht. Doch wer es ist, kann ich dir nicht sagen. Da musst du dein Glück schon woanders versuchen. Zeig mir deine Ware. Hat denn der ein besseres Schwert, ha? Bastardschwert. Klingenschaden 80. Doch, das muss er. Paladinrüstung. Wow. Aber, ich werde mir die Kohle dazu. Ein Helm. Ja, sowieso auch. Ein Helm. Aber das ist nichts. 2000. Du geh damit. Weck das. Jetzt habe ich einen Helm. Geil. Schaut's denn aus. Eine Truhe. Allerdings schlecht, wenn wir ihn daran zu schaffen machen. Was ist denn das für ein Schwert? Ein normales Schwert, brauche ich nicht. Jetzt schaue ich noch drüber. Vorsicht. Komm mal. Du gehst. Du gehst. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Kipler. Ich glaube, ich will das gar nicht tun. Jetzt ist das der Bruder von Typler, ha? Kaul. Ach, da ist ja schön. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Okay, guys.